Was geht ab Leute, herzlich willkommen bei meinem neuen Part vom FIFA 18 Ultimate Team. Heute geht es um die Squadbälle Belohnungen. Bei der Squadbälle selber habe ich mich bis zu Gold 2 hochgespielt mit 5 Spielen. Alle 5 Spiele waren auf Legende und alle 5 Spiele habe ich gewonnen. Noch dazu kriegt ihr die Pack Openings von der Douglas Costa Squad Building Challenge und noch dazu kriegt ihr die 3 Pack Openings von den öffentlichen Icon Belohnungen, die man ja so kriegt, also 40 Wochen, 2 Packs und einmal TDW Pack. Leider ist mir die Tonspur von dem Part flöten gegangen und ich spreche das jetzt so am Anfang nach und dann kriegt ihr bei der Pack Opening selber Häusik drüber gemischt. Wenn ihr das nächste Mal sehen wollt, wie ich die Squadbälle spiele, dann schreibt es mir doch unter die Kommentare und ich werde es streamen oder aufnehmen. Vielen Dank, ich hoffe es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.